Hoi miteinander. Heute würde ich euch etwas super cooles vorstellen, das ich täglich im Gebrauch habe. Es ist ein presstes Puder-Make-up von Maluwilz. Es hat einen Sonnenschutz 50 drin. Sprich, wenn ihr es drauf habt, habt ihr noch einen Sonnenschutz. Und wir wissen ja, trotz Sonnenschutz werden wir trotzdem brauche. Und das Coole daran ist, es ist wirklich ein Puder. Es ist nicht ein grämiges, schmieriges Make-up, das glänzt und dann muss man es noch abbudern. Es ist von Anfang an gerade matt. Es ist relativ gut deckend und ich finde es wirklich eine ganz coole Sache. Jetzt z.B. seht ihr hier gerade ein wenig Pech am Hals mit dem Rasieren. Alles ziemlich entzündet. Ganz einfach mit dem Pinsel oder mit dem Schwemmli. Schwemmli ist dabei, Pinsel ist zusätzlich ein wenig drin. Auftragen. Es gibt es in zwei Farben. Also ein wenig dunkleres und ein wenig helleres. Und dort wo ihr abdecken wollt, geht ihr vielleicht zwei, drei Mal drüber. Und dann seht ihr, da kommen wir jetzt auch noch mal drüber. Es ist wesentlich besser eigentlich fast weg. Es sieht natürlich aus, es ist ein Puder, er hält sehr gut. Wir können es locker auch die Männer auf das Gesicht nehmen. Wir haben ein wenig unreine Haut, ein wenig unebene Haut. Wir sehen jetzt wirklich nichts, dass es aufliegt. Für die Männer vielleicht den Bart aussparen. Dort bringt es nichts. So. Ihr seht, es hat sich massiv verbessert. Es ist wirklich eine tolle Sache. Wie gesagt, der Buder gibt es in zwei Farben. Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und bestellen könnt ihr natürlich bei mir im Onlineshop, wenn ihr auswipet. Und mit dem groben Scooby 75 habt ihr erst noch 10% erwartet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass damit und einen schönen Tag.